Untertitelung des ZDF, 2020 für den HC Davos gespielt hat. Es war eine große Erfahrung, zu gehen, zu Europa und zu sehen, was es so ist. Ich hatte die Möglichkeit, zu gehen in Davos und zu sein Teil dieser Erfahrung. Das hat mich an eine Möglichkeit, hier in Rappersilie zu sein und zu sein, zu sein, dass es definitiv etwas Besonderes ist. Vom 27-jährigen Neuzuganger hofft man sich bei den Lakers viel. Mit Robby Earle kann das Team von Harry Roggemoser neu auf einen goalgefährlichen Stürmer, aber auch auf eine verlässliche Leiderfigur zählen. Ich nehme pride in, you know, being somebody you can, a teammate or a player that, you know, a team relies on for, you know, big moments. You know, am I guy, the Rara guy to, you know, scream and yell in? No, and that's definitely not me. But, you know, I try to lead in different ways and, you know, do my job and be a guy that, you know, gets along with everybody. Der Amerikaner kommt mit der Erfahrung von 47 NHL-Spielen für Toronto und Minnesota und mit einem klaren Ziel zu den Lakers. The mission is to be a great organization, a great club, a club that is going to compete every season and sometimes soon win a championship. You know, that's something that any hockey player that drives them and that's what you play for and that's why, you know, ultimately why you play the game. Auch wenn er beim ersten Eindruck zurückhaltend wirkt, Robbie Earl will seine Spuren am Obersee hinterlassen.